Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Phishing per E-Mail. Was ist das genau? Ja, es gibt viele Nachrichten, die man mittlerweile per E-Mail bekommt. Von Amazon, von der eigenen Bank, von irgendeinem Virenschutzanbieter und immer wieder das Gleiche. Das Ziel dieser E-Mails ist, dass man sich auf dem in der E-Mail befindlichen Link, dass man da erstmal draufklickt und sich darüber dann einloggt. Also auf der angeblichen Webseite. Man bekommt mittlerweile fast von jedem Unternehmen einfach eine E-Mail. Bei mir ist es zum Beispiel ganz oft auch privat der Fall, dass ich vom Virenanbieter Norton Security, von Avira oder auch von, keine Ahnung was da alles gibt, den russischen Virenanbieter Kaspersky zum Beispiel. Genau, der Name ist mir nicht eingefallen. Da kommen E-Mails, wo dann drin steht, ja, ihre Lizenz ist abgelaufen. Bitte klicken Sie hier auf den Link und verlängern Sie die Lizenz. Ja, und dann trägt man da über den Link seine Daten ein. Das Einzige, was man dann dort tut, ist, sich bei fremden Menschen einzulocken, die, tja, die Daten eigentlich nur von einem haben wollen. Und das Ganze dient nur dazu, die Daten eben überhaupt erst zu bekommen. Das heißt, man schickt pro forma einfach so auf blauen Dunst an alle Menschen eine E-Mail. Mit dem Inhalt zum Beispiel, dass der Virenschutz abgelaufen ist. Oder es irgendein Problem in eurem Bank-Login gibt. Sehr, sehr viele Kunden sind bei der Volksbank oder eben auch zum Beispiel bei der Sparkasse oder was es da sonst noch so alles gibt. Die E-Mails, dadurch, dass ich ja hier mit dem Kanal sowieso überall registriert bin, tja, die kommen tatsächlich einfach von allen Firmen. Egal, ob die wissen, ob ich bei der Sparkasse bin oder nicht. Ich bekomme von der Sparkasse, von der Volksbank, von der Commerzbank, ich bekomme von allen Banken Nachrichten, dass mein Konto nicht mehr sicher wäre und ich mich jetzt über diesen Link, der in der E-Mail ist, anmelden soll, um zu bestätigen, dass ich ich bin. Aber das Einzige, was ich da dann tue, ist, meine Taten abzugeben. Und zwar direkt an die Betrüger. Wenn man auf die Links klickt, dann kommt man ganz, ganz oft nicht auf die Webseite oder eigentlich immer, nicht auf die Webseite, wo man eigentlich hin will. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail von der Sparkasse bekomme, dann müsste wohl die Domain oben sparkasse.de irgendwie lauten. Viele Browser zeigen das mittlerweile auch an, dass zum Beispiel sparkasse.de public hervorgehoben wird und der Rest der Internetadresse, da steht ja immer noch mit Schrägstrich ganz viel Müll dahinter und mit lauter Punkten noch ganz viel Müll davor manchmal. Ja, und um das eben noch zu verdeutlichen, auf welcher Webseite man eigentlich ist, ist eben diese eigentliche Internetadressenendung oder die eigentliche Domain, also sparkasse.de in diesem Beispiel, die wird farblich hervorgehoben. Das machen mittlerweile immer mehr Browser, damit man als Nutzer eben auch erkennen kann, dass man auf der sparkassen.de Webseite ist. Bei diesen Phishing-Angriffen ist man nicht auf der sparkassen.de Webseite, sondern die Webseite sieht nur einfach exakt gleich aus. Das ist technisch kein Aufwand. Dazu brauche ich nur den Quellcode der Webseite einmal komplett kopieren, auf meinen Server runterladen oder auf meinen PC, bearbeite das Ganze und passe die Loginzeilen einfach auf mich an. Und zwar nicht, dass ich mich danach bei der Sparkasse einlogge, sondern kriege einfach die Daten in meine Datenbank zugeschickt oder per E-Mail ganz bequem auf mein Handy. Und wenn ihr euch da angeblich vermeintlich anmelden wollt, meldet ihr euch nicht an, sondern schickt mir einfach nur die Daten. So funktioniert Phishing. Also Phishing ist kein Virus, sondern ganz einfach ist Phishing zu erklären, indem man auf die Blödheit des Benutzers abzielt. In der Hoffnung, dass der Benutzer blöd genug ist, nicht zu erkennen, was da eigentlich passiert im Hintergrund. Und das Schlimme ist, die Menschen sind nicht zwingend blöd. Sie wissen es einfach nur nicht. Denn gerade auch die ältere Generation, oder meinetwegen auch die jüngere Generation, die sich nicht so viel mit Computer beschäftigt und nur das Allernötigste macht. Ja, da kommt doch keiner drauf, dass da einfach eine fremde E-Mail kommen könnte. Und genau das ist das Problem. Jeder, der über diese Maschen nicht Bescheid weiß, dass, ja, Spam-E-Mails halt auch Phishing sein können. Tja, und so geht's ganz schnell. Nur mal kurz gedacht, oh Gott, was ist da mit meinem Login von meiner Sparkasse los? Schnell mal einloggen über den Link, weil es ist ja ganz bequem, und drück da drauf und merke gar nicht, dass da oben in der Domainzeile was ganz anderes steht. Natürlich wird da auch dran gearbeitet, dass man das nicht so einfach bekommt, indem der Link nicht nur sparkasse.de, sondern da wird ganz viel davor geschrieben. Denn secure.login.sicherheit.security und dann irgendwann kommt dann .nichtmeersparkasse.de. Und da muss man drauf achten, dass sparkasse.de beim Login auf sparkasse.de eben auch oben drüber stehen muss. Das ist genauso wie mit Facebook. Steht da was anderes oben drüber als facebook.de oder net oder com oder über welches Land man sich auch gerade einloggen will, ist ja vollkommen egal. Aber es muss zumindest schon übereinstimmen mit der Webseite, wo ich gerade drauf will. Das Problem ist, dass viele das gar nicht wissen, obwohl es eigentlich so einfach ist. Für mich ist natürlich immer das Problem, das nachzuvollziehen, wie man überhaupt auf sowas reinfällt. Naja, aber da muss man sich doch nur, also in meinem Fall, zurückerinnern, wie war es denn bei mir damals so als Kind? Da gab es sowas noch nicht so viel. Ja, aber da gab es sowas auch mal. Und wenn man dann nicht rechtzeitig mitbekommen hat, dass man seine Daten eben eingibt und gar nicht auf der Webseite ist, wo man hin will, dann sind die Daten weg. Und die Angreifer oder wie auch immer man die nennen möchte, die Betrüger, die haben dann eure Daten, die kompletten Daten. Und naja, sich bei der Sparkasse einzulocken, kann schon ziemlich brenzlig werden. Natürlich braucht man heutzutage sämtliche Tanz und Pins und Hass, ja nicht gesehen. Aber auch dafür gibt es wieder noch Mittel und Wege, wo man noch irgendwas auf eurem Computer installieren könnte. Da braucht es nur noch die zusätzliche Textdatei, die da mit drin steht. Also selbst wenn ihr ein Word-Dokument per E-Mail zugeschickt bekommt von irgendeiner fremden Person, drückt da nicht drauf. Und schon erst recht nicht auf .ra oder .zip Archivdateien, wo man mehrere Dateien kleiner verpacken kann. Niemals einfach öffnen. Denn da befinden sich dann Viren drin. In 99% der Fälle, in den E-Mails, die man so bekommt. Und das ist echt dramatisch. Man kann sich dagegen nicht wehren. Man bekommt den Spam. Und selbst wenn zum Beispiel die Google-Postfächer eigentlich schon super sind, die können euch trotzdem nicht vor Dummheit schützen. Und wie gesagt, Dummheit ist natürlich nicht so böse gemeint, wie es immer klingt. Aber Nichtwissen ist ja fast das Gleiche. Und das ist eben das Schlimme. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und in diesem Fall ist es leider auch so. Nur weil man es nicht gewusst hat, dass man da nicht draufklicken sollte, kann die Kohle trotzdem weg sein. Oder wenigstens die persönlichen Daten. Und da sollte man auf jeden Fall aufpassen. Wenn man jetzt den Facebook-Login von euch hat, dann denkt man vielleicht erst mal, es ist nicht so schlimm. Doch. Ihr macht euch sogar teilweise selbst damit strafbar, wenn jemand euer Konto hackt. Ja, richtig gehört. Denn wenn man vorher illegalerweise schon den Button gedrückt hat, Facebook darf auf meine Kontaktliste zugreifen. Nur weil ihr das erlaubt, ist das auch nicht rechtens. In Deutschland gibt es halt die Datenschutz-Grundverordnung, auch wenn die manchmal ein bisschen fragwürdig ist. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, wenn ihr einfach so eure Kontaktliste bei Facebook reinladet, macht ihr euch damit strafbar, weil ihr die Telefonnummern und Namen und Daten und hast sie nicht gesehen, von eurer gesamten Kontaktliste einfach weitergebt. Das Gleiche ist übrigens auch bei WhatsApp der Fall. Und auch bei Instagram, TikTok und was es da noch so alles gibt. Also sobald ihr den Knopf drückt, also ihr geht jetzt auf die richtige, vernünftige Plattform und drückt den Knopf, ja, ich lade da mal meine Liste hoch und Facebook oder TikTok darf meine ganze Kontaktliste durchforsten und gucken, wer da noch so bei ist, damit ich es dann einfacher habe, Freunde zu finden. Das ist verboten in Deutschland. Ihr dürft diesen Knopf nicht drücken. Auch wenn wir den alle schon gedrückt haben, den Knopf, dass unsere Kontaktliste mit dem Server da synchronisiert wird. Die Server stehen letztendlich immer noch im Ausland und keiner von uns weiß, was Facebook und Co. damit macht. Augenscheinlich für uns passende Freunde suchen, die wir ja sowieso schon im Handy haben. Ist praktisch, ja. Ist einfacher, als den Namen selber zu googeln im System. Ja. Aber genau so habt ihr eben auch Daten, zum Beispiel bei Facebook drin, die da sowieso schon nicht reingehören, die ihr da reingeladen habt. Und nun angenommen, der Angreifer, der kommt jetzt über euren Login da rauf und hat all eure Kontaktdaten. Das heißt, ihr zieht eigentlich alle Menschen, die ihr in eurem Handy vorher drinnen hattet, in Mitleidenschaft. Die bekommen dann alle SMS mit Werbung. Manchmal sogar in eurem Namen und ihr kriegt es nicht mal mit. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal geschrieben, was war denn das hier für eine komische Nachricht. Das sind alles so Sachen, wo man aufpassen muss. Das ist leider heutzutage alles gefährlich und auch nicht mehr auf den ersten Blick. Ja, man weiß ja. Es ist genauso wie mit diesem Freischalten von den Freunden aus der Liste. Man weiß ja gar nicht, dass es eigentlich nicht erlaubt ist. Aber es ist, wenn man tiefer darüber nachdenkt, ihr teilt einfach. Und angenommen, ihr habt da 500 Telefonnummern an eurem Handy. Vielleicht noch was weiß ich, weil ihr selbstständig seid und ganz viele Geschäftskunden da drin habt. Und ihr drückt dann den Knopf teilen. Alle meine Freunde sollen Facebook für mich raussuchen. Mhm. Ja. Aber dann hat Facebook die Daten all eurer Freunde. Nicht nur, dass Facebook weiß, mit wem ihr so in Kontakt steht. Nein, die haben auch die Telefonnummern. Und wenn dann mal alleine nur bei Facebook etwas passiert. Am Ende sollte irgendjemand aus eurer Kontaktliste eine Anzeige stellen. Und da wird wirklich mal was verfolgt. Ja, dann seid ihr mit dran. Das muss man wissen. Von daher hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären könnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf eine oder so eine ähnliche Masche hereinfällt. Teilt daher sehr gerne die Videos mit allen Menschen in eurer Umgebung. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. In diesem Fall dürft ihr meine Links natürlich auch auf den sozialen Medien teilen. Und im Kanal hier ist es auch erlaubt. Ich habe es euch übrigens als Lizenz unter jedem Video unten auch angebunden, dass man das quasi offiziell hat. Ihr habt dazu quasi ein Dokument von YouTube, dass ihr meine Videos auch weiterverwenden und auch umschneiden dürft. Nur mit dem Hinweis auf den Kanal hier, das wäre immer ganz nett. Aber naja, ist halt wichtig, dass ihr das auch wisst. Naja, auf jeden Fall, die Opfer gibt's leider. Daher teilt sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder im Umfeld mit eurem Chat. Wenn euch das Video sogar gefallen oder weitergeholfen hat, dann lasst doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.